Sie ist nur noch Haut und Knochen. Janine Schiller, 77, arbeitete damals als erfolgreiches Model. Heute gehört sie zur Wiener High Society, und bringt aktuell nur noch 38 Kilo auf die Waage. Wir haben sie auf dem Geburtstag von Mausi Lukner getroffen und mit ihr über ihr aktuelles, besorgniserregendes Gewicht gesprochen. Was ihre beste Freundin Mausi und ihr Mann dazu sagen, sehen Sie im Video. Sieht man das so, dass ich so zart bin? Ihr Gesicht passt nicht mehr zu ihrem zierlichen Körper. Doch das will Janine Schiller nicht wahrhaben. Als wir sie auf ihr Gewicht ansprechen, versucht sich die 77-Jährige rauszureden, Ja, ich habe abgenommen, weil ich habe überhaupt keinen Appetit. Ich habe wirklich überhaupt keinen Hunger. Und ich sehe mich nicht so dünn, sagen wir so. Die anderen sehen das, sieht man das so, dass ich so zart bin? Eindeutige Antwort, Ja. Janine Schiller hat keine Lust mehr auf Süßes. Doch woher kommt der übermäßige Gewichtsverlust genau? Janine Schiller versucht sich zu erklären, Früher habe ich sehr viel genascht und ich habe aber immer gesagt, in dem Augenblick, wo mir das Naschen nicht mehr schmeckt, werde ich wahnsinnig abnehmen, weil es war meine Haupternährung, süß. Torten, Kuchen, und jetzt will ich das aber alles nicht mehr. Und dadurch habe ich so viel verloren. Sorgen macht sie sich aktuell allerdings nicht, im Gegenteil. Ich fühle mich gut, ja. Ich fühle mich manchmal müde, wie andere auch, aber sonst fühle ich mich gut. Bleibt zu hoffen, dass das noch lange so bleibt und ihr Appetit wenigstens ein wenig zurückkehrt. Bis zum nächsten Mal.